Wer hier gewinnen will, muss richtig Gas geben. Und ich werde Gas geben. Ich sag's euch. Ich habe die Fahne verkehrt gesetzt. Nein, schaut nicht ganz so gut, als ob meine Frau das riecht. Wie im echten Leben. Die Damen haben mich heute am Wickel. So gegen die Herren packe ich es, aber die Damen hauen ihn so dicht ran, da sieht es ganz schlecht aus für mich. Mein Spiel ist genau so ein Auf und Ab wie der ganze Golfplatz hier. Jeder sagt, das ist ein Traum, dass wir da sein dürfen. Da in dem Alter, wo ich bin, bin ich ja nicht mehr jung. Und du darfst Golf spielen, das ist doch ein Traum. Schöner kann es doch nicht mehr sein. Die Atmosphäre, gigantisch. So ein Tag wie heute, so ein Turnier, das ist der Grund, weshalb ich nach wie vor fürs Golfen brenne. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020